Das Weiße Haus, das Zuhause des US-Präsidenten oder vielleicht auch der zukünftigen US-Präsidentin. Amerika hat die Wahl. Im November entscheidet sich, ob Donald Trump oder Hillary Clinton das Rennen um die Präsidentschaft macht. Ein spannender Wahlkampf wird in den kommenden Wochen erwartet. Und die große Frage ist, wer von denen schafft es, die Bevölkerung zu überzeugen, das Land zu einen. Ein Thema ist die Migration, ein anderes die weltpolitische Lage. Und die innenpolitischen Spannungen in Amerika haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Ich berichte für euch in den kommenden zwei Wochen hier aus den Staaten und von den Eindrücken, die ich vom Wahlkampf hier in Amerika habe.